Malaysia sucht den Super-Imam. Bei der Castingshow Imam Muda, zu Deutsch junger Imam, treten angehende Geistliche im Alter von 18 bis 27 Jahren gegeneinander an. Zehn Wochen dauert die Show, jede Woche scheidet ein Kandidat aus. Weit mehr als 1000 Bewerber hat der malaysische Kabelsender Astro getestet. Die Imam-Kandidaten müssen Persönlichkeit besitzen und sich bestens im Islam auskennen. Im Schlafsaal einer Moschee werden sie abgeschottet. Ohne Handy, Internet und Fernsehen sollen sie sich voll auf ihren Glauben konzentrieren. Statt Popgesängen und Tanz steht für die angehenden Imame etwa die Bestattung eines Toten auf dem Programm. Oder ein Ausflug mit der Religionspolizei. Dem Sieger der Castingshow winken eine Pilgerfahrt nach Mekka, ein Stipendium an der Islamischen Universität von Medina und eine Stelle in einer Moschee. Das Programm findet regen Anklang. Minderheiten allerdings sehen die Sendung mit Sorge. Schon jetzt klagen sie, dass sich Malaysia zusehends islamisiert. Imam Muda ist für sie ein weiterer Schritt.